In der Komödie am Keh verbreiten Prinzipalin Sissi Boran und ihr Team den ganzen Sommer hindurch gute Laune, hinter den Kulissen und auf der Bühne. In dem Stück, Ein Mann für alle Fälle, sucht eine junge Karrierefrau über eine Agentur im Internet nach einem präsentablen Herrn, um ihre Freunde zu beeindrucken. Geliefert wird jemand, der nicht gerade ihren Vorstellungen entspricht. Ich kann sie noch so wohlwollend betrachten. Es ist mir einfach unmöglich, auch nur einen einzigen anziehenden Zug an ihnen zu finden. Das wundert mich nicht. Leichte und erhaltsame Sommerkost wird hier in bekömmlichen Dosen von den Schauspielern serviert. Naja, eigentlich ist es schon ein besonderes Theaterfeeling. Derzeit sind ja in Wien die Theater geschlossen eher und es gibt eben die Freilichttheater. Und wenn man das Wetter gerade anschaut, haben wir schon einen gewissen Vorteil unter einem Dach spielen zu können und dadurch keine Vorstellung abzusagen. Es ist ein ganz kleiner, netter, intimer Rahmen sozusagen. Es ist einfach gemütlich, das Theater. Da fühlt man sich wohl. Wir werden es feiern, dass meine Gäste nicht gekommen sind. Der Mann für alle Fälle steht noch bis Ende August zur Verfügung und auf der Bühne der Komödie am Key. Treten Sie doch näher. Treten Sie doch näher. Treten Sie doch näher.